hey leute willkommen zurück bei mir und zwar habe ich jetzt 50.000 games verrollt für talente und helden und ich hatte das glück dass ich 5 5 erquicken gekriegt habe habe ich nicht entscheiden können habe es jetzt aber bixi gegeben hilft ja alles nichts so und dadurch dass es ja ein event gibt und ich ja wieder so viel games verbraucht habe kann es ja nur eins geben und zwar tun öffnen und ich kann 25 öffnen ja sehr schön wer es nicht kennt das sieht so aus für alle 2000 verbrauchten games egal für was verbraucht kann man eine truhe öffnen und man kann unterschiedliche sachen bekommen ja dann würde ich sagen wir versuchen es mal also ich hätte am liebsten ja was hätte ich dann am liebsten die crestbacks aber 100 merits full diable 1000 tonner oder irgendwas dergleichen ja eventuell auch gold key weil ich schon zufrieden unter anführungszeichen aber es ist einfach so dass ich da einfach wenig glück habe dass ich irgendwas kriegt was ich wirklich brauche also nachdem ich ja jetzt schon heute schon malta gekriegt habe brauche ich den mal definitiv nicht maximal noch eine arktika card fürs dabei erworben aber sonst ihr seht es kommt nichts was ich gerne hätte ein paar merits noch ein paar merits noch ein paar merits und zurück dann haben wir wieder honor und 140 games und traurige ausbeute leute 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 das war jetzt eine traurige ausbeute leider nichts brauchbares dabei man kann nicht immer gewinnen ist leider so hoffentlich hat es euch trotzdem spaß gemacht mich anzufeuern oder auch nicht lasst mir ein like da und vergesst nicht den channel zu abonnieren beim nächsten mal wenn ich rolle bekomme ich sicher wieder irgendwas tolles hoffe ich zumindest das war's